Hallo und herzlich Willkommen bei McDonalds, bitte. Ja, Ihre Bestellung. Also, wir sind mal wieder bei McDonalds. Diesmal auf Heemann. Wir sind ja hier auf Heemann gerade unterwegs. Genau. Und dann lass mal gucken, ob es der Tischburger gibt. Aber wir würden gerne draußen essen. Im Strandkorb. Guck mal, das ist so schön. Ja, hier kann man schön draußen essen, ne? Geh mal rein. Was willst du essen? Also, so, gucken wir mal. Big Mac, wie immer. Ja, also ich möchte hier nichts. Kleine Pommes. Ja, willkommen. Kindermenü, hallo. Kindermenü. Ja, Kindermenü. Wir haben das Kindermenü einmal mit Pommes und Chicken Nuggets. Jetzt geh ich mal mit Ashley nochmal kurz in diese Rutsche hier rein. Bei McDonalds. Oh Gott, hoffentlich passe ich überhaupt in die Rutsche rein. Mäusi. So. Mal schauen. Hilfe. Aber du wartest auf mich. Nein, wir rutschen ja zusammen. So. Was? Oh Gott. Wir rutschen zusammen gleich. So schnell. Hm? So richtig schnell. So, warte mal. Du wartest auf mich, bitte. Ja. Ist die so schnell? Ja, ist die so schnell. Warte mal. Nee, du musst ja vor mir wahrscheinlich rutschen. Wir passen ja nicht beide zusammen. Dann rutschst du jetzt und ich komm hinterher und du bist am besten schnell weg. Dann könnt ihr euch schon voll gut hören. Echt? Voll gut? Okay, tschüss. Komm, rutsch. Oh mein Gott. Komm, rutsch. Frei. Hallo, du warst schon immer sehr schnell. Jetzt ist die Mama dran. Hilfe! Wie schnell ist man da denn bitte? Ja, die ist frei. Und? Dann vielleicht nochmal. Nee, das reicht jetzt. Da bist du ja. Und gleich wieder hoch. Ja, oh mein Gott. Das willst du alles alleine essen hier? Alles für mich. Ich glaube, das steht hier falsch, oder? Next. Du solltest es mitnehmen. Fauler gesagt. Ja, das hast du schon alles gerade gesagt. Guten Appetit. Hallo. Und wir warten dann auf unsere Fischbrötchen. Ja. Obwohl, eigentlich kann ich mir hier auch mal Pommes klauen, ne? Ja. Das muss man. Komm, ein Würstchen von mir. Oder noch einen. Das ist geil, schwarz gebrannt. Schnupfen hier. Klasse. Wir holen uns gleich mit Fischbrötchen. Komm, du kannst dich zu mir setzen. Ich habe eine gute Idee. Ja. Wir lassen die Kinder hier sitzen. Hier ist Cola, genau. Und fangen schon mal mit Fischbrötchen. Wollen. So, die Familie ist versorgt. Zumindest die beiden klein. Und Mama und ich, wir holen uns gleich ein Fischbrötchen am Hafen, ne? Kein McDonalds-Fischbrötchen. Ne, die haben aber kein Fischbrötchen. Doch, die haben hier, äh, wie heißt das noch? Backfisch? Oder so? Ja, aber mit Pappe, ne? Naja. Das hätte bestimmt auch geschmeckt. Aber wenn man schon in Fehmarn ist, äh, auf Fehmarn, da will man doch auch ein bisschen was, ja, von der See essen und nicht von McDonalds. Und den Kindern schmeckt es ja, wie man sieht. Was gibt's denn hier jetzt eigentlich alles? Wollen wir mal kurz gucken. Chicken? Mh? Pommes? Mh? Big Mac for Mac? Wer trinkt da sowas hier? Äh. So, das ist Apelsaft. Und? Fruchtquatsch. Gequetschter Apfel oder so? Achso. Und dann hast du natürlich hier, mach das mal auf. Warte. Da ist ja so ein Schlumpfhaus drin. Geht nicht, ich hab so viele Gefänger. Ja. Aber ich hatte grad nicht die Seite, ich hab jetzt schon eine andere Seite. So. Okay, wir haben's auf. Ja. Einmal Fütterung unterbrechen. Kann das Haus irgendwas, oder ist da was drin, oder? Da ist ja so ein Schlumpfhaus drin. Und dann kann man das irgendwie drehen und da kommt da eine Musik raus. Kann da gar nichts. Ja, alles gut. So, da ist ein Schlumpf drin, ne? Mhm. Und? Was noch? Da ist noch was Rotes dabei hier. Und hier noch was zum Anmalen. Okay. So, dann lass das alles drin. Können wir zu Hause anmalen, wenn wir wollen. Deckel wieder drauf. Und dann geht's weiter mit McDonalds-Futter. Wir haben uns jetzt alles angeguckt, was im Kindermenü drin ist. Und dann lassen wir die Kinder mal essen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.